Kutschaku Aoke, 40 cm, frischer Nisai, weiblich, sehr schöner Kutschaku, extrem metallischer Glanz, also sehr sehr gut, hat schöne Flossen, 40 cm, ist für die Jahreszeit von Aoke Fischen ein sehr gutes Maß, das ist nicht klein, das ist gut. Also ich schätze hier so etwa so vielleicht an die 70, 65, die 70 kann der schaffen. Und das ist für einen Aoke Fischer eine Hausnummer. Qualität, sehr sehr gut.